Hallo und herzlich willkommen an euch Zuschauer da draußen und herzlich willkommen an meine bisherigen Abonnenten. Wir suchen Tisch. Wir suchen Mitspieler für LS15. Wir suchen Mitspieler ab 18 Jahren oder älter. Unsere Regeln, Grundregeln. 18 Jahre oder älter. Ordentliches Verhalten im TeamSpeak, auf dem Forum und auf dem Spielsurfer. Keinerlei Beleidigung gegenüber anderen Mitspielern. Weitere Regeln können im Forum eingesehen werden. Forum ist zur Zeit noch in Bearbeitung, deswegen ist eine Vorstellung bei den Admin Pflicht. Diese werden euch dann die Regeln erklären und euch ins Spiel einarbeiten. Wer sich nicht an unsere Regeln hält, wird verwarnt oder vom Spielsurfer inklusive TeamSpeak und Forum ausgeschlossen. Was bieten wir euch? Wir bieten euch einen Spielsurfer mit 9 Slots. Erweiterbar bis 16 Slots. TeamSpeak-Surfer zum Unterhalten im Spiel mit jeder Menge an Platz. Forum für Infos und mehr. In Klammern noch in Bearbeitung. Admins, die für jede Frage für euch da sind. Spielspaß mit anderen Spielern. Spielsurfer. Spielsurfer Map, Ammergauer Alpen. Viele neue Mods. Updates von Mods alle 1-2 Wochen. Mapwechsel nach einiger Zeit. Fruchtarten und so weiter im Spiel. Weizen, Raps, Zuckerrüben, Klee-Schwart, Kalk, Schwein, Rind, Gerste, Kartoffeln, Hackschnitzel, Luzern-Schwart, Sand, Mastun, Silage. Weitere Fruchtarten sind in Planung und werden noch folgen. Forst, Holz betreiben wir auch. Bäume fällen, häckseln und Bäume anpflanzen. Und viel viel mehr. Musik Ihr habt Interesse oder Lust bei uns mitzuspielen? Dann schreibt einfach unter dieses Video einen Kommentar. Oder schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Bewerbung LS15 an deklener2010 at googlemail.com Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir würden uns freuen, wenn sich der ein oder andere bei mir meldet. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer deklener2010.